Das Guide IR 510 ist ein kompaktes Wärmebildgerät für die Jagd. Es ist als Kamera im unteren Preissegment für Jäger besonders interessant, da es aktuell eines der günstigsten Geräte mit fokussierbarem Objektiv ist. Dadurch ist man in der Lage, die Bildschärfe exakt auf die Distanz zum Objekt einzustellen. Viele günstige Wärmebildkameras haben diese Funktion nicht. Die Kamera verfügt über einen hochwertigen Sensor mit einer recht hohen Auflösung von 400x300 Pixeln. Das Display ist ebenfalls mit 750x540 Pixeln hoch aufgelöst. Die Bilddarstellung kann um das Zwei- bzw. Vierfache in zwei Stufen vergrößert werden. Mit 25 Metern ist das Sichtfeld des Guide angenehm breit und im Vergleich häufig breiter als Konkurrenzmodelle. Das Blickfeld ist wichtig, um gerade auf kurzen Distanzen das Bild früh beim Anwechseln erkennen zu können. Die Ausstattung des IR510 ist dem Preis entsprechend gut. Das Gerät verfügt über fünf Farbpaletten, eine Dioptrienanpassung für Brillenträger sowie einen Videoausgang. Es ist sogar mit einer Heißpunkt-Markierungsfunktion ausgestattet, um Wärmequellen besser sichtbar zu machen. Mit dem Gerät selbst können keine Videos oder Fotos aufgenommen werden. Man kann jedoch ein externes Aufnahmegerät anschließen oder das Bild per WLAN an ein Mobilgerät übergeben. Das Gehäuse des Nano besteht aus Kunststoff mit Gummiapplikationen für besseren Griff und ist IP66 zertifiziert. Damit ist es gegen starkes Strahlwasser und Regen geschützt, jedoch nicht gegen Untertauchen in Wasser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017